Einer der besten Kartentricks aller Zeiten meiner Meinung nach. Der Zuschauer wählt irgendeine Karte aus dem Kartenspiel. Ich darf die jetzt nicht sehen, aber merkt euch bitte diese Karte hier nicht vergessen, okay? Die kommt zurück ins Kartenspiel und wir machen es uns noch ein bisschen schwieriger, denn so habe ich keinen Überblick mehr darüber, war die Karte jetzt eher weiter oben oder eher mittiger oder ist sie eher unten gelandet, sondern ich bin hier komplett lost. Aber ich benutze zwei Helferkarten, die mir dabei helfen, eure Karte wiederzufinden, indem sie mir das Symbol und die Position von eurer Karte verraten. Und da weiß ich alles, was ich brauche. Also Helferkarte Nummer 1 verrät uns das Symbol, das ist jetzt in dem Fall Peak. Also denke ich, dass eure Karte eine Peak-Karte war. Die kommt schon mal auf den Tisch, die Peak 2. Und die zweite Helferkarte verrät uns die Position. Also das ist jetzt in dem Fall eine 4. Also denke ich, dass an vierter Stelle eure Karte liegt. 1, 2, 3 und 4. Die Peak 2 war eure Karte. Was überhaupt gar keinen Sinn ergibt, weil das die Helferkarte war, die ich hier hingelegt hatte. Welche Karte kann also hier jetzt noch liegen? Das Peak Ass. Und bei dem Bild kommt ja eigentlich nur noch eins in Frage. Ganz genau. Ich habe euch an meinem letzten Video meine Top 5 meiner liebsten Kartentricks vorgestellt. Das hier war Platz 4, glaube ich. Ein unglaublich toller Trick, den ich euch vor Jahren schon einmal erklärt habe hier auf meinem Kanal. Es ist ein absolutes Cringe-Video. Und deswegen wollte ich das jetzt wieder gut machen. Wenn ihr Zauberei interessiert seid, findet ihr auf MrTricksXL.com slash Merch. Zauberer-Merch. Beispielsweise das Motiv Trust Me, I'm a Magician oder Evolution of Magic. Das Evolutionsbild und am Ende macht der Typen Kartspring. Oder auch einfach mein Matthias Berger Logo mit meiner Unterschrift sogar in dem Logo drin. Wenn ihr es ein bisschen dezenter mögt und schlichter eher so für den Alltag sozusagen. Danke an alle, die da was bestellen. Danke für euren Support. Und jetzt erkläre ich euch, wie ihr das nachmachen könnt. Ihr braucht erstmal ein Setup. Ich stelle die Kamera einmal kurz ein bisschen um. So, jetzt haben wir hier nämlich eine Ego-Perspektive. Für diesen Trick braucht ihr ein kleines Setup. Und zwar bereitet ihr einmal folgendes vor. Peak Ass, darauf eine 4. Egal welche. Darauf die anderen 3 Asse. Das ist das Setup. Die Reihenfolge der Asse ist egal. Ich würde nur darauf achten, als erstes das Peak Ass. Und das alles kommt unten ins Kartenspiel. Ja, genau so. Das drehen wir um. Wir können jetzt vorher einmal mischen. Dann müssen wir darauf achten, dass wir die Reihenfolge der unteren Karten nicht verändern. Ich habe ja zahlreiche Tutorials auf meinem Kanal zu dem Thema. Wie ihr beispielsweise mit diesem Riffle Shuffle hier. Dafür sorgen könnt, dass die Reihenfolge gleich bleibt. Oder auch mit diesem Overhand Shuffle hier. Das habe ich euch ja alles schon erklärt. Ich verlinke euch die Videos unten in der Videobeschreibung. Kleiner Pro-Tipp an dieser Stelle. Das macht den Trick noch besser. Sucht alle anderen 4 raus. Dong, dong und dong. Und diese 3 4 packt ihr nach ganz oben aufs Kartenspiel. Denn dadurch vermeidet ihr, dass der Zuschauer eine 4 zieht. Ihr lasst den Zuschauer eine Karte ziehen aus der Mitte heraus. Der Zuschauer wählt eine Karte. Beispielsweise jetzt genau diese hier. Kreuz 7. Während der Zuschauer sich seine Karte anguckt, mache ich einen Swing-Cut. Ich halte dazu das Deck genauso in meiner rechten Hand. Und mache einen Swing-Cut in meine linke Hand. Genau so. Und an dieser Stelle darf der Zuschauer gleich seine Karte legen. Hier befindet sich jetzt nämlich die Asse. Das ist ja die untere Hälfte nach dem Swing-Cut. Hier sind die Asse. Zack, die bleiben in meiner rechten Hand. Der Zuschauer legt seine Karte gleich genau hier hin. Und ich muss jetzt dafür sorgen, dass die Hälften gleich so landen. Die Zuschauerkarte landet gleich oben. Und unten bleiben nach wie vor die Asse. Wie mache ich das? Ich verrate es euch. Der Zuschauer schaut sich gerade seine Karte an. Ich mache einen Swing-Cut. Nachdem er sich seine Karte gemerkt hat, halte ich ihm so die Karten hin. Sodass er weiß, dass dort seine Karte hingehört. Und jetzt tue ich folgendes. Diese Hälfte kommt jetzt nicht einfach oben drauf. Sondern ich bringe meinen kleinen Finger dazwischen. Der kleine Finger heißt auf Englisch Pinky. Deswegen nennt man das hier einen Pinky Break. Ja, ich halte hier einen Spalt mit meinem kleinen Finger. An der Stelle noch ein absoluter Geheimtipp. Wenn ihr eure Zauberei auf das nächste Level bringen wollt, dann lasst den YouTube-Algorithmus wissen, dass ihr Interesse daran habt. Das Video liken? Absolut korrekt. Denn durch ein Like weiß YouTube, dass euch so ein Content gefällt. Und schlägt euch mehr davon vor. Und wenn ihr das noch besser verkaufen wollt, macht doch gerne das hier. Ich nehme diese Hälfte, wo die Asse unten sind. Und ich dribbel sie hier drauf. Aber achtet darauf, dass ich sie nicht ganz sauber aufdribbel. Sondern ich beginne etwas bei mir. Etwas versetzt. Seht ihr das? Ja, also noch einmal. Hier sind die Asse. Und ich dribbel etwas mit Beginn zu mir. Das ist jetzt natürlich übertrieben, damit ihr es in der Kamera gut seht. Also es reicht wirklich, wenn das ein paar Millimeter sind. Dadurch müsst ihr nämlich erstmal noch nicht den kleinen Finger dazwischen halten. Sondern könnt das Deck sehr frei händeln. Wenn ich jetzt also mit meinem Daumen der rechten Hand von unten hier gegen hebe, habe ich hier genau die vier Asse. Ja, beziehungsweise die vier Asse und die vier dazwischen. Also wir tun so, als würden wir die Karte im Kartenspiel verlieren. Aber dabei haben wir alles im Griff. Ich greife hier mit meinem Daumen und tue jetzt folgendes. Ich hebe alles ab diesem Spalt auf den Tisch. Genauso. Hier befindet sich jetzt oben die Zuschauerkarte, die Kreuz 7. Was ich jetzt also mache, ist, ich mache hier einen False Cut. Ich mache wieder einen Swing Cut in meine linke Hand. Knalle jetzt dieses Packet hiergegen, leg das drauf und leg das drauf. Das sieht jetzt nämlich wirklich so aus, als würden wir die Reihenfolge durcheinander bringen. Dabei bringe ich die hier gerade gar nicht durcheinander. Seht ihr das? Die obere Hälfte landet trotzdem oben. Auch über diese Technik habe ich schon gesprochen. Das findet ihr auch in der Videobeschreibung, das Video. Aber jetzt befindet sich oben die Kreuz 7 und unten befinden sich die Asse. Wir sind jetzt also schon in der richtigen Position. Während ich die Karten jetzt hier so abhebe, sage ich, dass ich versuche unmöglich zu machen, dass ich nicht weiß, war deine Karte jetzt oben oder in der Mitte gelandet oder war er weiter unten. Das mache ich ganz bewusst. Denn jetzt hole ich mir mit meinem kleinen Finger wieder einen Break über der fünften Karte von unten. Ich zähle jetzt also ganz schnell, während ich sage, weder oben noch in der Mitte noch weiter unten. In der Zeit zähle ich jetzt hier fünf Karten ab. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und bringe dann beim Schließen des Decks meinen kleinen Finger über die fünfte Karte. Also weiter oben oder weiter mittig oder weiter unten. Ich bin lost. Ich habe keine Ahnung. Und im Zusammenschieben kommt jetzt mein kleiner Finger über die fünfte Karte von unten. Und ich habe hier so einen Pinky Break, den ich auch problemlos in einen Thumbrake überführen kann. Das Coole ist, ich benutze hier gerade die Somnium Prestige Karten. Die gibt es noch bei uns im Shop unter somniumcards.de. Diese Karten sind markiert. Ihr seht ganz genau, wenn ihr genau hinschaut, dass ihr anhand der Rückseite ablesen könnt, welche Karte ist welche. Das weiß euer Zuschauer nicht, aber das wisst ihr. Das Tolle ist, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, mit dem fünf Karten abzählen, könnt ihr die Markierung lesen. Und ihr wisst jetzt, dass hier über einer vier wieder ein Ass liegt. Und ihr wisst ganz genau, dass darüber jetzt der kleine Finger gehört. Das ist natürlich der absolute Hammer. Also weiter oben, weiter mittig, weiter unten. Ich sehe die Markierung, alles klar, da kommt mein kleiner Finger hin. Und jetzt habe ich hier einen Break mit meinem kleinen Finger. Jetzt sage ich dem Zuschauer, ich verwende zwei Helferkarten. Einmal für das Symbol und einmal für die Position. Dazu überführe ich diesen Pinky Break jetzt, wie gesagt, in einen Thumbrake. Genau so. Und kann jetzt mit meiner rechten Hand einen Swing Cut in meine linke machen, während ich den Break halte. Ich weiß, das ist ein bisschen kompliziert. Ist ja auch nichts für absolut blutige Anfänger, dieser Trick. Jetzt sage ich, Helferkarte Nummer 1 verrät mir das Symbol. Ich drehe jetzt mit diesem Packet hier die oberste Karte meiner linken Hand um. Das hier ist jetzt nämlich schon die Zuschauerkarte, die Kreuz 7. Und das tue ich nicht einfach so, sondern beim Umdrehen gehe ich hier etwas rüber. Seht ihr das? Dass ich die Karte kurz verdecke mit meiner rechten Hand. Ihr seht jetzt schon, worauf das gleich hinausläuft. Ich drehe die Karte um und sage, das ist eine Kreuzkarte. Und der Punkt ist kritisch. Der Zuschauer sieht jetzt nämlich seine eigene Karte. An der Stelle Zuschauermanagement vom Feinsten. Wir müssen kontrollieren, dass der Zuschauer nicht sagt an dieser Stelle, dass er nicht sagt, das ist meine Karte. Sondern wir sagen, okay, diese Karte verrät uns das Symbol. Und sobald wir die umdrehen, sagen wir sofort weiter, das ist jetzt hier eine Kreuzkarte. Also glaube ich, deine ist eine Kreuzkarte. Ohne was zu sagen. Einfach nur, stimmt das? Ist deine Karte eine Kreuzkarte? Dadurch fallen wir dem Zuschauer ins Wort. Er kann gar nicht irgendwie dazu kommen, zu verraten, dass es seine Karte wäre. Dann wäre der Trick nämlich vorbei an der Stelle. Der Zuschauer soll glauben, wir wissen das nicht, dass das seine Karte ist. Auch wenn wir das natürlich wissen. Er wird nicken mit einem verschmitzten Grinsen, weil er weiß, das ist schon die Karte. Boah, der verkackt gleich. Jetzt tun wir technisch hier folgendes. Ich drehe die Karte um und im Zurückdrehen droppe ich diese fünf Karten vom Break obendrauf. Ich lege also gar nicht seine Kreuz 7 auf den Tisch, sondern ich lege hier schon das Peak Ass auf den Tisch. Perfekt. Das hier, also die Stelle, wo wir die Karte umgedreht hatten, diese Hälfte kommt obendrauf. Jetzt befindet sich nämlich an oberster Stelle die Peak 4 und darunter die anderen drei Asse. Ja, und das ist die perfekte Ausgangsposition. Jetzt sage ich, okay, die nächste Helferkarte verrät uns die Position. Das ist in diesem Fall jetzt hier eine 4. Ihr könnt auch, so wie ich das gerade in meiner Performance gemacht habe, an der Stelle einen Leonard Green Top Shot machen. Den verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Aber wir zeigen jetzt, okay, eine 4. Diese 4 kommt ganz wichtig in das Kartenspiel zurück. Ja, die kommt nicht obendrauf. Die kommt in das Kartenspiel. Und ich zähle jetzt 1, 2, 3, 4 Karten ab. Wir können die jetzt schon umdrehen oder wir sagen zum Zuschauer, sag mal zum ersten Mal laut, was war deine Karte? Der Zuschauer wird sagen, Kreuz 7. Dann sagen wir, weil er ja weiß, seine Karte liegt hier. Das glaubt er zumindest. Er sagt, Kreuz 7. Und wir drehen die Karte um. Pam. Kreuz 7. Und jetzt absoluter Schock. Der Zuschauer ist jetzt völlig verwirrt. Wirklich, ihr habt so tolle Reaktionen bei diesem Trick. Der Zuschauer ist völlig verwirrt, aber du hast die da hingelegt. Und dann sagen wir, echt? Ach, das war die Helferkarte, ne? Welche liegt dann hier? Wir revealen ein erstes Ass. Deswegen das Peak Ass, weil das sofort ins Auge schießt. Peng. Ass. Und bei diesem Bild, hier liegen 3 Karten verdeckt und da ist schon ein Ass. Dann weiß der Zuschauer jetzt schon, was gleich kommt. Und das ist ein wunderschöner Moment. Das ist mein absoluter Lieblingsmoment dieses Tricks. Denn jetzt hat der Zuschauer in seinem Kopf schon die Magie zu Ende gedacht. Oh mein Gott, wenn das jetzt die anderen 3 Asse sind. Dann drehen wir nach und nach die anderen Asse um und revealen, dass hier alle 4 Asse plötzlich auf dem Tisch liegen. Und das schockiert den Zuschauer, dieses Kicker-Ending. Das schockt viel mehr, als dass wir die Karte gefunden haben und die lag da, aber dann da. Das hier ist der krönende Abschluss wirklich. Das ist das I-Tüpfelchen, das Sahnehäubchen obendrauf. Hier bekommt ihr tolle Reaktionen. Und wenn ihr noch weitere richtig krasse Kartentricks sehen wollt, meine Top 5, dann schaut dieses Video hier, das jetzt eingeblendet kommt. Da seht ihr nämlich Tricks, bei denen die Zuschauer richtig krass ausrasten. Ihr seht es auf dem Thumbnail. Das sind reale Reaktionen. Genauso reagieren eure Zuschauer. Schaut euch das Video gerne an. Peace out.